Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, SyncThing, ein Programm zur Synchronisierung von Dateien über mehrere Betriebssysteme hinweg. Zum Beispiel vom Raspberry Pi oder einem anderen Linux-Rechner auf mehrere Windows-Rechner oder auf Mobiltelefone oder auf Tablets. In einem anderen Video haben wir Inhaltsgleiches vor kurzem schon einmal vorgestellt, hieß bt-sync und ist aber leider seit dem letzten Update zur Version 2.0 dermaßen beschränkt, dass man es schlicht und einfach nicht mehr gebrauchen kann. Das ist das erste Mal, dass wir ein Video wegen eines Updates komplett entfernen. Aber okay. Deswegen das hier als bessere Alternative. Auch wenn das Ganze noch in den Kinderschuhen steckt, es funktioniert im Grunde genau so, wie wir es brauchen. Hier jetzt nur der erste Schritt, die Synchronisierung zwischen zwei Windows-Rechnern. Linux, Raspberry Pi, Banana Pi, Android und so weiter folgt dann in anderen Videos. Ich zeige das hier auf Windows 10 in Verbindung mit Windows 7. Zwischen diesen zwei Rechnern sollen die Dateien dann nachher synchronisiert werden. Auf dem Windows 10-Rechner läuft die Software auch schon, bleibt also noch die Installation auf dem Windows 7-Rechner. Link natürlich in der Beschreibung bringt Sie auf diese Seite. Wir scrollen ein bisschen nach unten. Finden Sie den Download-Link hier. Habe ich jetzt hier auch schon aufgerufen. Scrollen wir nochmal nach unten. Da finden wir nämlich die entsprechenden Programmpakete für die verschiedenen Betriebssysteme. Windows ist ganz unten. Da haben wir Windows 3.86 für 32-Bit-Betriebssysteme und AMD 64 für 64-Bit-Betriebssysteme. Das hier ist ein 32-Bit-Windows, also klicke ich auf die 32-Bit-Version, speichern. Schiebe ich das mal da oben hin, auspacken. Dann kann ich das hier wieder schließen. Das kann ich auch entfernen. Öffnen wir das hier erst mal und starten die Anwendung. Doppelklick. Das nehme ich raus. Ausführen. Beim ersten Mal werden noch die Vorbereitungen getroffen. Dann erfolgt normalerweise die Anfrage bei Ihrer Firewall. Zulassen. Und danach öffnet sich unser Standard-Webbrowser. Denn über diesen findet am Ende auch die komplette Administration statt. In meinem Beispiel soll nun ein Verzeichnis vom Windows-10-Rechner auf die anderen Rechner, was in meinem Beispiel allerdings auch nur ein Windows-7-Rechner ist, synchronisiert werden. Dazu habe ich mal da unten einige Dateien bereits vorbereitet. Werde das Ganze aber noch in einen anderen Ordner schieben. Und den nenne ich einfach mal MP3. Beispielhaft natürlich für Ihre Dateien, die Sie synchronisieren wollen. So, jetzt nehme ich mal die Dateien. Die erste lasse ich absichtlich weg. Schiebe ich die Dateien rüber. So, und nun im nächsten Schritt das Verzeichnis hier entsprechend eintragen. Dazu klicke ich hier auf Verzeichnis hinzufügen und muss dem Verzeichnis erst mal eine ID vergeben, die allerdings innerhalb meines Netzwerks, also der Rechner, mit denen ich synchronisiere, ich sage jetzt mal, einzigartig bleiben muss. Es dürfen also jetzt nicht jeder Rechner ein Verzeichnis MP3 haben, das er synchronisieren möchte. Wie das Verzeichnis jetzt auf dem Rechner effektiv heißt, ist egal, aber diese ID, die muss halt einzigartig sein. Deswegen nenne ich die jetzt einfach mal Windows 10 MP3, weil das halt das MP3-Verzeichnis ist. So, der Pfad muss angegeben werden. Wo findet die Software das Verzeichnis? So, da kann ich die Tilde benutzen als Ersatz für C-User-Semper-Video. So, und danach Desktop MP3. Suchintervall, das können Sie dahingehend anpassen, was Sie synchronisieren wollen. Ich setze das jetzt hier absichtlich auf 15 Sekunden, damit wir in dem Video nicht so lange warten müssen, bis die Software erkennt, da ist irgendwie eine Veränderung gewesen und ich muss synchronisieren. Wenn Sie zum Beispiel nur Arbeitsdokumente synchronisieren wollen mit anderen Geräten und es reicht auch noch, dass die eventuell in zwei oder drei Stunden rübergeschoben werden, weil die erst morgen gebraucht werden oder ähnliches, dann entsprechend einfach anpassen. Das hier soll der Master-Ordner sein, insoweit lasse ich da keine Veränderungen zu. Das heißt, auch wenn jetzt der Windows 7 Rechner am Ende zum Beispiel eine Datei entfernt, wird die Datei bei mir nicht gelöscht. So, und am Ende können wir das Ganze noch mit anderen Geräten teilen, wenn ich denn jetzt zu diesem Zeitpunkt schon ein anderes Gerät kennen würde. Da das die Ersteinrichtung ist und ich den anderen Windows 7 Rechner offiziell noch nicht kenne, steht er hier auch nicht. Werden wir aber gleich sehen beim Windows 7 Rechner. So, am Ende also nur noch speichern. Dann muss das Ganze neu gestartet werden. Das sehen wir dann hier. Am Ende erscheint das freigegebene Verzeichnis dann hier auch in der Auflistung Verzeichnisse. Derzeit allerdings noch markiert mit ungeteilt. Da mein Rechner hier, der Windows 10 Rechner, noch keinen anderen Rechner kennt, müssen die sich erst kennenlernen und werden dann hier entsprechend hinzugefügt. Genauso wie Verzeichnisse, die rechte Seite für Computer oder Geräte. Dazu verfügt jeder Rechner über eine einzigartige Identifikationsnummer. Kann man abrufen unter Menü und dann ID anzeigen. Kann man die hier entweder per E-Mail verschicken, wie auch immer, oder hier über den QR-Code abfotografieren. Welcher Rechner welchen Rechner hinzufügt, ist völlig irrelevant. Jeder kann jeden Rechner hinzufügen. In meinem Beispiel wird jetzt einfach der Windows 7 Rechner den Windows 10 Rechner hinzufügen. Geräte hinzufügen anwählen. Den entsprechenden Eintrag vornehmen. Gerätename. So, bei mir heißt das hier Win 10. Dann können wir hier noch angeben, ist das Ganze ein Verteilergerät. Das bedeutet, alle Rechner, die der Windows 10 Rechner eventuell kennt, würde ich damit ebenfalls kennenlernen. Wenn Sie das Ganze also zwischen mehreren Rechnern machen, brauchen Sie so nicht jeden Rechner immer mit jedem anderen bekannt zu machen, sondern es so erreicht, wenn ein Master-Rechner eventuell alle Verbindungen hat, hier dann entsprechend das Ganze als Verteilergerät markieren, und schon kennen sich die anderen Klienten untereinander ebenfalls. So, da in meinem Beispiel allerdings keiner keinen kennt, kann ich das hier noch weglassen. Am Ende Default speichern. So, die zwei werden sich jetzt untereinander bekannt machen. Das wird nicht lange dauern. Dann sollte da eine Reaktion erfolgen. Und da ist die Reaktion auch schon. Ich werde also jetzt hier auf Hinzufügen klicken. Dann wird nämlich auf der anderen Seite relativ schnell aufpoppen, dass der Windows 10 Rechner mit mir ein Verzeichnis teilen möchte. Wobei die streng genommen noch gar nicht kommen kann, da wir dem Windows 10 Rechner nicht gesagt haben, dass er auch mit dem Windows 7 Rechner teilen soll. Deswegen müssen wir hier ganz kurz rein ins Bearbeiten und nämlich jetzt hier bei dem entsprechenden Windows 7 Rechner angeben, dass das Verzeichnis MP3 geteilt werden soll. Und das muss also zu jedem Rechner auch noch einzeln angegeben werden. So, dann muss er hier wieder neu starten. Dann kommt auch die entsprechende Anfrage. Bevor ich jetzt hier aber auf Hinzufügen klicke, werde ich erstmal ein neues Verzeichnis erstellen. Das muss natürlich nicht an der genau gleichen Stelle liegen. Also nur weil das auf dem Windows 10 Rechner Desktop MP3 heißt, muss das hier noch lange nicht so heißen. Da kann ich ganz frei wählen. Nicht nur einen anderen Verzeichnisnamen, sondern auch eine komplett andere Stelle auf einer externen Platte, wo auch immer. Aber deswegen nenne ich das Ganze nämlich jetzt hier einfach nur Musik. So, das müssen wir natürlich jetzt hier entsprechend anwählen. Also hinzufügen, Verzeichnispfad, der muss angegeben werden, Backslash Desktop und bei mir dann eben Musik. Auch hier setze ich das Ganze auf 15 Sekunden. So, und da das natürlich der empfangende Rechner sein soll, werde ich hier nicht angeben, dass keine Veränderungen zugelassen werden sollen. Das lassen wir also weg. Gut, das war von vornherein durch die Anfrage schon klar. Speichern. Auch hier muss neu gestartet werden. Und dann haben wir das Verzeichnis hier drin. So, es wird noch als aktuell markiert, da derzeit noch nicht klar ist, dass das Ganze nicht wirklich synchron ist. Die 15 Sekunden, die haben wir angegeben, die müssen wir jetzt warten. So, jetzt hat er gemerkt, elf Einträge müssten da eigentlich sein. So, und die wird er jetzt synchronisieren. Das geht natürlich ruckzuck, weil das Ganze hier im Laden stattfindet. Die erstmalige Einrichtung, die ist natürlich etwas komplexer. Wenn das Ganze allerdings erstmal geschehen ist und das Ganze steht, dann ist es super einfach. So, insoweit hier das zweite Beispiel dann. So, schieben wir nochmal eine Datei rüber. Steuerung C, Steuerung V. So. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis er jetzt hier merkt, da sind eigentlich jetzt zwölf Dateien drin. Da hat er es. Und hier kommt direkt das entsprechende Update. Der umgekehrte Fall funktioniert natürlich genauso gut. Das brauche ich wahrscheinlich nicht wirklich zu entfernen, beziehungsweise erwähnen. Entfernen wir mal die eine Datei. Elf Einträge nur noch. Auch nur noch elf Einträge. An der Versionsnummer erkennt man schon, dass das Programm noch in einem frühen Entwicklungsstadium ist. Es sind noch nicht alle Feature drin, die zum Beispiel ich mir wünschen würde. Denn wenn ich nun hingehe in meinem Verzeichnis und einfach mal einige Dateien entferne, dann wird das hier natürlich sofort gemerkt. Was aber nicht geschieht, ist, dass es automatisch wieder synchronisiert wird. Denn es kann ja durchaus mal sein, dass der Client irgendwelche Dateien automatisch löscht oder verliert. Insoweit, wir bekommen hier zwar eine entsprechende Mitteilung, dass da jetzt irgendwas nicht ganz synchron ist. Und ich kann auch hier draufklicken, Änderungen überschreiben, dann wird das Ganze wieder synchron gemacht. Jetzt habe ich hier wieder alle elf Dateien drin stehen. Da würde ich mir eine Option wünschen, im Falle der Asynchronität einfach automatisch überschreiben. Ich habe keine Zeit, mich dauernd auf irgendwelchen Rechnern einzuloggen, um dann dort zu schauen, ist noch alles synchron, um dann die entsprechende Synchronisierung von Hand anzustoßen. Gut. Wenn man das Gedankenkonstrukt allerdings erst mal verinnerlicht hat, wie das Ganze hier funktioniert, dann hat man ein sehr schönes Programm, das im Grunde genau das tut, was wir brauchen. Und mit kommenden Updates wird das Ganze dann sicher auch nochmal besser. Okay.